Ich bin sehr froh hier zu sein. Mein Name wurde schon genannt. Auch das, dass ich aus der Stadt Bremen komme, wurde auch genannt. Und als weiteres werde ich wahrscheinlich noch ein paar Elemente aus meinem Leben erwähnen. Mein Thema ist heute der Zweck der Freiheit. Wir lieben Freiheit. Kein Mensch möchte die Freiheit beraubt sein. Keiner sitzt gerne im Gefängnis. Oder gibt es welche. Bestimmt nicht. Wir lieben Freiheit. Wir genießen Freiheit. Und Gott ist ein Gott der Freiheit. Und Gott hat keine Käfig hier erfunden. Ich bin mir sicher, er hat auch kein Ziel erfunden. Er ist für die Freiheit. Und die Schriftstelle mit der ich heute anfangen möchte. ist Galater 5.13. Das schreibt Apostel Paulus an die Gemeinde in Galatien. Und er sagt folgende Worte. Gott hat euch zu Freiheit berufen, meine lieben Brüder und Schwestern. Aber missbraucht eure Freiheit nicht. Was hast du gefunden? Achso, soll ich... Ja, ja. Ich wusste nicht, ich hab gedacht, dass du liest und dann... Ich hab schon. Achso, gut. Wer ist die Versen? Was ist das? Vers 5.13. Vers 17. Vers 17. Vers 18. Wir sehen hier. Man kann die Freiheit gebrauchen. Und hier sagt er misbraucht eure Freiheit nicht. Wir sehen hier, dass Gott uns zu Freiheit berufen wird. Und Gott hat uns zu Freiheit berufen. Wir sehen hier, dass Gott uns zu Freiheit berufen hat. Das ist sein Wille, dass wir in Freiheit leben. Aber er möchte auch, dass wir vernünftig mit dieser Freiheit umgehen. In Johannes Evangelium, Kapitel 8, Vers 31 bis 33, Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen. Da antworteten sie ihm, wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemals ein Knecht gewesen. Wie sprichst du denn, ihr sollt frei werden? Also seine Zuhörer sagten, wir sind keine Knechte. Wenn wir solche Worte hören, wie würden wir reagieren? Von welcher Freiheit spricht hier Jesus? Also wie gesagt, Allgemein Freiheit ist sehr schön, wie ich schon erwähnt habe. In einem Land zu leben, wo du frei auf der Straße dich bewegen kannst. In einem Land zu leben, wo du frei auf der Straße dich bewegen kannst. Meinheit und Freiheit haben. Das ist alles sehr großartig. Freiheit kann wirklich sehr, sehr herrlich sein. Und für uns, die wir in Freiheit leben, ist die Freiheit normalerweise selbstverständlich. Es war für mich absolut selbstverständlich, dass wir jetzt von Bremen aus hierher, also dass wir uns ins Auto setzen und frei hierher kommen, dass wir keine Hindernisse auf dem Weg haben werden, dass wir keine Blockade haben werden, keine Sperre, kein Checkpoint oder sowas. Dass wir da einfach gerade weiterfahren können. Also es ist sehr, sehr wichtig und wir sollen es immer schätzen und nicht vergessen, dass es ein Kaspersgut. Aber hier spricht Apostel Paulus von etwas anderer Freiheit. Er sagt, Gott hat euch zur Freiheit berufen. Der Freiheit Gott ruft seine Kinder in seine Freiheit. Und meine Lieben, mein erster Punkt ist, die Freiheit ist die Voraussetzung dafür, um einen Auftrag zu erfüllen. Einer, der im Gefängnis sitzt, kann schlecht irgendwelche Dinge nachgehen. Um etwas zu bewirken. Um die Ideen umzusetzen. Um die Träume zu verwirklichen. Ja, Röhe, die 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 Röhe, müsste man frei sein. Und das weiß Gott. Adam und Eva, die ersten Menschen, sie lebten in einer absoluten Freiheit. Sie waren absolut frei. Sie hatten keine Sorgen. Sie hatten keine Angst. Sie hatten keine Angst. Ich denke, sie wussten gar nicht mal, was sie alles hatten. Bis sie diese Freiheit missbraucht haben. Und diese Freiheit ging verloren. Von nun an lebten sie mit Sorge, mit Angst. Und alle Nachkommen, auch wir haben die Folge zu tragen. Doch damals, vor diesem Sündenfall, bevor sie die Freiheit verloren hatten, hatten sie die Freiheit auch, um einen Zweck zu erfüllen. Gott hat sich nicht einfach so in den Garten gesetzt, in den Garten Eden und relax, tut nichts, ist alles gut. Gott hat sie mit Freiheit beschenkt, aber auch Auftrag gegeben. Sie hatten den Auftrag, den Garten zu bebauern, den Ausweitern. Normalerweise denke ich, die Gedanke Gottes war, die ganze Erde sollte ein Garten aiden werden. Sie sollten herrschen über diese Erde, Sie sollten herrschen über Tiere und sie den Namen geben. Doch wie schon gesagt, sie haben diese Freiheit verloren. Wir lesen in der Bibel über das Volk Israel, sie waren 430 Jahre in Ägypten als Sklauen. Doch durch starke Hand hat Gott sie befreit. Gott befreitet das Volk, die gingen raus aus der Sklauerei. Doch das Ziel war nicht die Freiheit. Das Ziel war das verheißene Land. Sie sollten rausgehen, um in ein Land zu kommen, um das Land zu bewohnen und Gott Ehre zu geben. Wir sehen immer wieder in der Bibel, dass die Freiheit ihre Bestimmung hat und ihre Zwecke hat. Wozu brauchst du deine Freiheit? Hast du schon diese Frage gestellt? Noch mal die Stelle aus Johannes 31. Johannes 8. Vers 31-32 Wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit euch wird euch freimachen. So mit anderen Worten, sagt Jesus, es ist mein Wunsch, dass ihr frei werdet. Damit ihr aber frei werden könnt, bleibt in meinem Wort. Und das wird die Wahrheit erkennen. Und diese Wahrheit wird euch freimachen. Und diese Wahrheit wird euch freimachen. Frei wovon? Von der Sklaverei des Zünder. Von Verdammnis. Von der Macht der Finsternis. Von Komplexen aller Art. Von Ängsten von Bindungen. Von Tersen, Esaraten. Für Jesus ist unsere Freiheit sehr, sehr wichtig. Doch was ist der Zweck unserer Befreiung? Wir sind nicht nur gerettet, um in den Himmel zu kommen. Das ist Ja und Amen. Wir sind auch dafür berufen, hier Werke zu vollbringen. In Johannes 14, 12 sagt Jesus, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird größere als diese tun, der nicht geht. Und Vater. Amen, Amen. Bezüge ich euch, werke bei mir eimann hat, die ich nicht tun, die ich nicht tun kann, und die ich nicht tun kann, und die nicht mehr als diese tun kann. Wahrlich, wahrlich. Amen, Amen. Amen, Amen. Also, Jesus sagt hier ganz deutlich, dass es sein Wille ist, dass sein Werk mit seinem Weg kommen, nicht liegen bleibt, sondern weitergemacht wird. Das ist der Zweck der Freiheit. Die Sünde ist für Jesus kein Problem. Er hat mit dir am Kreuz abgerechnet. Einige Christen verschwenden viel Zeit, gegen irgendwelche Sünde zu kämpfen. Jesus sagt, ich mache dich frei, steig ein und tu das, was ich dir aufgetragen habe. Während du für ihn unterwegs bist. Entschuldigung. Sorry. Ich bin immer zwei Sätze vor. Ja, okay. Gut. Wo sind wir stehen geblieben? Jesus wollte irgendwas einsteigen. Jesus wollte einsteigen? Ja. Irgendwie war Jesus einsteigen. Okay. Nochmal. Also, ich sagte, dass einige Christen verschwenden viel Zeit im Kampf gegen die Sünde. Inno, dass wir uns auf die Berufung konzentrieren. Das wir beschäftigen sind in seinem Reich. Als David, König David nicht startet. Nicht startet. Nicht startet. Relaxed. Möge, wenn wir zu viel relaxen. Dann kommt Versuchung. Wir sollen uns in das Reich Gottes investieren. Und dann sorgt Gott dafür, dass wir reinbleiben. Wie es hier steht, in Johannes 15, 2. 15, 2. Ich bin der Weinstöck. Ihr seid die Reben. Jede Rebe, die Frucht bringt, wird gereinigt. Damit sie noch mehr Frucht bringen kann. Amen. Ich bin der Weinstöck. Ich bin der Weinstöck. Ihr seid die Reben. Jede Rebe, die Frucht bringt, wird gereinigt. Während du Frucht bringt, wirst du gereinigt. Der Weingärtner achtet darauf. Er ist an deiner Frucht interessiert und ihr reinigtigt, damit du noch mehr Frucht bringst. Er ist ein Bündnis, und es kann ein Bündnis für die Reben sein, das derVer Partners in der Schweiz läutet. Und du kommst, Deshalb musst du dich nicht so viele, damit befassen, hier bin ich vielleicht noch nicht rein, und da, und da, und da, und da ist gern eine Teufelsküche entstehen, dass du immer im Kreis läufst, immer, nach irgendwelchen Fällen ausdrückst. Die Frucht wächst automatisch, weil du, wenn du deine Identität erkennst hast, aus deiner Berufung, aus dem, was du tust, und weil der Teufel das weiß, versuchte genau da dich zu bestellen, dich lang zu legen, zu blockieren das, was Gott mit dir vorhat, wie schon damals bei Adam und Eva hatte die Sache, verhindert, die Gott vorhatte, so versuchte auch jetzt in unserer Zeit. Doch wisst ihr was? Gott ist nicht zu stoppen. Der Feind versuchte, lahmzulegen, abzubremsen. Gefangen zu nehmen. Aber das, was Gott geplant hat, das kommt ans Ziel. Gott hatte einen wunderbaren Plan mit Mose. Mose sollte das Volk Israel aus der Sklaverei rausführen. Und Mose verspürte diese Berufung in seinem Leben. Und hat versuchte aus eigener Kraft. Doch das ist schief gelaufen. Und da musste er wegrennen. Und er dachte wohl, es ist vorbei mit der Berufung. 40 Jahre war in der Wüste. Und weiter die Schafferzene Schwiegerfatter ist. Bis Gott begann. Und das Feuer neu entzündete. Und das was Gott anfängt. Und das was Gott anfängt. Und das was Gott anfängt. Das verlernt er auch. Die Vision die Gott dir schenkt. Er achtet darauf, dass ihr in Erfüllung habt. Gott hat das Ziel nicht vergessen. Und Mose hat auch nicht vergessen. Auch wenn er so vielleicht dachte Mose, er wäre vergessen. Woher der Feind dich gefangen hat? Gibt es vielleicht Angst? Oder komplexer. Minderwertig ist komplexer. Etwas, was dich von dem abhält, wozu du berufen worden bist. Etwas, was dich von dem abhält, wozu du berufen worden bist. Wollt ihr wissen, was mein Problem war? Wir wissen, was mein Problem war. Wollt ihr? Wir wollen, wir wissen. Okay. Dann erzähl ich. Wir wollen, Sie können. In meiner Kindheit. In meiner Kindheit. In meiner Kindheit. In meiner Kindheit. Ich wurde von einem Tier erschrocken. Ich wurde von einem Tier erschrocken. Ich wurde so erschrocken, dass ich seit dem Zeitpunkt ein starker Stotterer wurde. Ich konnte aus mir kaum etwas rausbringen. Vor allem, wenn ich vor einer Autorität stand, oder wenn mir etwa ein oder zwei Leute zuhörten. Es war so, dass ich einfach, ich wollte etwas sagen und dann, ich konnte aus mir nichts rausquetschen. Es war so, wie zugeschnürt. Ja, genau so war es. Und dann wuchs ich, wie alle Kinder so wachsen. Also in der Schule habe ich einfach abgeblockt. Wenn die Lehrerinnen oder Lehrer mich fragten, dann antwortete ich einfach nichts. Weil ich nicht ausgelacht werden wollte. Und dann wurde meine Mama zur Schule eingeladen und uns hat erklärt, was das Problem ist. Und somit wurde ich entweder nach der Schule befragt oder schriftlich. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo man an Gott glaubte. Mein Vater war ein Pastor der Gemeinde. Und ich glaubte, dass Gott heilen kann. Und ich glaubte, dass Gott heilen kann. Ich habe gebetet und gefastet. Gott bitte heilen mich. Doch es geschah nichts. Es war auch so, ich habe vergessen zu erwähnen, ich bin in der Sowjetunion zur Welt gekommen. Und aufgewachsen. Und da war bei den Christen so ein Brauch. Wenn du männlich bist, du musst predigen. Du musst? Predigen. So wurde ich auch immer wieder damit konfrontiert, von Leitung. Sie sagten mir, steht da geschrieben, wenn wir Christus nicht bekennen von Menschen. Und wenn du dich nicht in den Häusern von Menschen bei Masih. Wird er uns auch nicht bekennen von seinem himmlischen Vater. Und er auch nicht bekennen. Ich kannte mich ein wenig aus in der Bibel und sagte, aber steht da geschrieben, also nicht jeder wird ein Lehrer. Und einmal war das so. Wir waren nicht in unserem Ort, sondern in einem anderen versammelt. Und da waren viel weniger Menschen. Da waren kaum erwachsene Männer. Unser Mädel sagte mein Bruder, der da leitete. Mein ältester Bruder. Er sagte, wir singen jetzt ein Lied. Und dann, wie die Brüder sitzen, wir werden sie predigen. Das war für mich Katastrophe. Für alle war das okay, doch für mich. Ich dachte, wie überlebe ich das? Ich denke, was hat er gesagt? Er kennt doch mein Problem. Ich habe ihn angeschaut. Ich wollte seinen Kontakt, Blickkontakt haben. Doch er schaut nicht in meine Richtung. Dann habe ich gedacht, okay, irgendwie versuche ich vorzulesen, der Herr ist mein Hirte Psalm 23. Vielleicht gelingt es mir. Und dann sehe ich, einer steht auf, erzählt was. Der andere auch, liest was. Nicht nur lesen, sondern auch etwas an seinen Gedanken weitergeben. Dann dachte ich, das möchte ich doch auch. Und dann habe ich innerlich zu Gott gerufen. Ich war in einer Not. Da habe ich gesagt, Gott bitte hilf mir. dass Gott mit mir kommt. Also keiner hat gehört. Aber in meinem Inneren habe ich gesagt. Gott hört aus solchen Gebeten. Und dann... Und dann... Es ist ein Wunder meines Lebens. Und dann habe ich gesagt, wie ein Film... Das ist das, was ich reden soll. Das ist einmalig gewesen. Ich habe das auch seitdem nicht wiedererlebt. Ich habe von meinen Augen das, was ich reden soll. Ich stehe auf und rede. Und es fließt. Ich rede und rede. Und ich merke, dass die Zuhörer, denen gefällt, was ich rede. Und das Interessante... Es hat mir auch gefallen. Ich dachte, wow. So etwas gibt es. Und dann fahren wir nach Hause. Und mein Bruder sagt zu mir, und du sagst, du kannst nicht predigen. Und mein Bruder sagt zu mir, du kannst nicht predigen. Er sagte zu ihm, das war ich nicht. Das war ich nicht. Glaub mir. Das war Gott. Dann in der Woche hatten wir eine Versammlung. Also eine Gebetsversammlung. Und dann sollte für irgendeine Not gebetet werden. Und es wurde gesagt, dass ich ins Gebet leiten soll. Meine Aufgabe war... Aufzustehen und sagen, lass uns beten. Ich stehe auf. Und... Das dauert und dauert. Alle Leute sitzen und warten auf die Erlösung. Ich selber rot wie Tomate. Und ich konnte nicht selbst sein. Dann... Mein Pfad ist hier. Ach so, ich... Mein Pfad ist hier. Und dann, endlich, lass uns beten. Und dann sagte ich, siehst du, das war ich. Sonntag war ich nicht. Und trotzdem haben sie mir... Und trotzdem haben sie mir immer wieder das Wort gegeben. Und zu Feiertagen, so wie Erntedankfest. Zum Beispiel in den Jungs, wie in den Jungs oder Pfingsten. Zum Beispiel in den Jungs. Zum Beispiel in den Jungs oder Pfingsten. In den Jungs oder Pfingsten. Ich stehe auf. Und ich berühre frei. Es fließt. Und ich schaue mich, es fließt. Und ich stöte mich hin. Ich habe verstanden, es gibt eine Befähigung von Gott. Und er lässt mich das erleben, wofür er mich eigentlich gemacht hat. Und dann, nach und nach habe ich verstanden, dass der Teufel versucht, mich zu blockieren, genau da, wo Gott für mich eine Berufung hat. Später, als wir nach Deutschland kamen. Und ich war schon älteste in der Gemeinde, ich habe immer noch gestottert. Aber in dieser Zeit habe ich schon viel Wissen gehabt. Vom Herrn Erkenntnis bekommen. Dass das, was mich blockierte, war keine Krankheit. Und dann, als ich zu, äh, Seminar fahren sollte, nach Biroe. Da war so, dass man an erstem Abend so ein Abend hat, wo man sich kennenlernen soll. So, ca. 40 Leute sitzen im Kreis. Und hier erzähl seine Geschichte. Wie er heißt. Wo er herkommt. Verheiratet, Kinder. Und so weiter und so fort. Ich dachte. Wer hat sowas ausgedacht? Und ich dachte. Wer hat sowas ausgedacht? Man behält doch sowieso keinen Namen. Für alle war das Spaß. Aber ich dachte. Wie überlebe ich das? Wenn ich da sitze und anfange zu stottern. Sie werden sagen. So wie es passt dann. Und weil ich schon Erkenntnis hatte. Ich bin auf mein Zimmer gegangen. Ich habe nicht gebetet. Ich habe nur gesagt. Ich habe nur gesagt. Stottern, du bist unter meinen Füßen. Ich gehe jetzt hin. Und ich rede frei und fließend. Und du blockierst mich nicht mehr. Diese Macht wurde gebrochen. Dass ich hier stehe. Das ist ein Anbeweis dafür. Gott ist gut. Gott weiß, was er mit uns vorhat. Vieles wissen wir nicht. Doch nach hinein schauen wir unser Weg. Und sehen, warum es dies oder jenes geschehen in unserem Leben. Zum Beispiel, als wir nach Deutschland kamen. Ich habe nur wenige Worte gekannt. Aber ich hatte mehr so einen Drang. Ich wollte diese Sprache lernen. Gott hat in mich diesen Drang hineinplatziert. Gott wusste, dass er durch mich mit Wort dienen wird. Und zwar in einer deutschen Gemeinde. Also ich bin ihm sehr, sehr dankbar. Das, was Gott mit mir machte, kann auch mit dir machen. Wir müssen nur unser Denken erneuern. Wenn das Volk Israel aus der Wüste kam. Sie waren frei von der Sklaverei. Doch in ihrem Denken waren sie noch Sklaven. Mit ihrem Denken konnten sie nicht das Land einnehmen. Weil die zehn von den Kunstschäften sagten, wir sind wie Heuschrecken. Also wenn man frei wird. Wenn man frei wird. Erneuerung unseres Denkens ist unverzichtbar. Es gab mal einen Ezel. Und er ging von Punkt A zu Punkt B. Tag für Tag. Ein Lasttier eben. Bitte? Lasttier. Hat Lasten getragen. Es ging vorbei, ein reicher Mann. Der Ezel tat ihm leid. Er kauft ihn frei. Der Ezel musste nicht mehr das tun, was er tat. Aber was machte er? Er ging immer noch von Punkt A zu Punkt B. Die Bibel ermutigt uns immer wieder, dass wir unser Denken erneuern sollen. Die Bibel ermutigt uns immer wieder, dass wir unser Denken erneuern sollen. Um auffliegen können wie ein Adler. Soll man nicht denken wie Hühner. Die Hühner schauen das, was unter ihren Füßen ist. Der Adler fliegt auf. Aber er kann sich in den Augen aufkommen. Des Weiteren. Willst du in Freiheit leben? Willst du in deine Berufung hineinkommen? Willst du in deine Berufung hineinkommen? So trenne dich von dem, was dich hält. Der Abraham musste sich von seinem Neuf Lut trennen. Und damit lernen wir auch, dass wir uns von all dem trennen sollen, was uns abhält. Es können irgendwelche falsche Freunde sein. Falsche Gewohnheiten. Wir müssen sich um alles beginnen, dass wir uns selbst die Erhöschen haben wollen. Es muss immer wieder sein Glück werden. Sollte dich dass, am Herzen wäre, was wir noch mal. Nein, sonst kannst du nicht in deine Bestimmung hineinwachsen. Gott wird dich immer wieder entfernen. Ein Mann ist mal spazieren gegangen und sieht einen Brunnen. Er kommt zu dem Brunnen, schaut rein, denkt wie tief ist das denn? Er nimmt einen Stein, wirft da rein, er hört kaum weiss, also hört kein Geräusch, nimmt noch ein Stein, etwas größer, wirft wieder rein, hört wieder nichts, dann schaut er sich um, sieht einen großen Stein, nimmt diesen Stein, schläpp zu Brunnen, und wirft ihn da rein, und plötzlich sieht wie eine Ziege an ihn vorbei rennt und springt auch in den Brunnen. Er dachte, was ist das denn? Ich habe noch nie gesehen. Eine lebensmüde Ziege. Wie kann das sein? Und dann kommt ein anderer Mann und sagt, Ärgerizzard, Vermitteln. Er sagt, Ja, das heisst, Lot. Er sagt, Er er seinnder ganz米, ich werde erleben, für einen ganzen Stand einidez Bezge! Es war in der Stadt. Wenn du an etwas gebunden bist und etwas geht nach unten, das zieht dich mit. Darum ist es wichtig, dass man sich trennt von dem, was nach unten geht. Von dem, was nach unten zieht, muss man sich trennen. Siemson hatte eine herrliche Berufung. Ein Held war das. Ein Mann voller Kraft. Doch er brauchte diese, seine Kraft, für seine egoistische Ziele. Er braucht seine Kraft, für seine egoistische Ziele. Er braucht seine Kraft, für seine eigene Kraft, für seine Kraft, für seine eigene Kraft. Und so landete er im Gefängnis. Er hat seine Freiheit verloren. Er hat eine herrliche Berufung. Doch er hat sie verloren. Und da gab es einen anderen Mann namens Yosef. Er hat eine Berufung gehabt, sass lange Zeit im Gefängnis. Und ist dran geblieben. Hat nicht aufgegeben. Und Gott hat ihm Freiheit geschenkt. Und er kam in seine Berufung. Und was für eine Berufung. Wo stehst du heute? Womit kannst du dich identifizieren? Mein Lieben, Jesus Christus hat uns die Freiheit vorgelebt. Das war ein Mann Gottes, der absolut frei war. Frei von Ängsten. Frei von irgendwelchen Meinungen. Frei von Menschenfurcht. Er hat auch keine Hemungen zu sagen, ich mache das alles nicht aus meiner eigenen Kraft. Ich bin total abhängig von meinem Vater. Menschen wollten ihn aufhalten. Er ging sein Weg. Menschen wollten ihn zum König machen. Er ging sein Weg. Frei von Selbstverwirklichung. Frei von Materialismus. Frei von Macht sucht. All diese Prüfungen gestand er in der Wüste. So eine Freiheit bietet er die heute an. Er hat sich, dass du das gleiche hast. Er hat geschrieben, um zu suchen, was verloren ist. Zu suchen und zu retten. Er schenkt die Freiheit, dass du das Gleiche hast. er wird um die Werke des Teufels zu zerstören er setzt dich heute frei damit du das Gleiche machst damit du in dein verheißenes Land einziehst was hat er dir verheißen was hat er dir zugesagt Gott schenkt dir seine Freiheit damit du das Europa ist was er dir gegeben schon versprochen hat Jesus hat ein Gleichnis erzählt über Talente kennt ihr bestimmt alle einer hat fünf bekommen eine zwei eine eins und da steht es geschrieben dass der der fünf bekommen hat er hat das investiert er hat was draus gemacht und sein Herr sagte komm hinein in die Freude deines Herrn du treue Knecht richtig gemacht und da kam einer mit einem Talente er sagte ich hatte Angst ich hatte Angst er hatte Angst zu verlieren er hat das versteckt nichts damit gemacht und das hat seinem Herrn keine Freude bereitet das war nicht richtig wenn du heute dein Leben betrachtest deine Talente deine Begabungen deine Finanzen alles was du hast wie gehst du damit um bist du ängstlich wenn du ängstlich bist heute ist dein Tag dass du frei wirst Jesus schenkt dir die Freiheit sei frei von Angst sei mutig fang an Schritte zu machen dein Leben soll nicht von ängsten bestimmt werden in 2. Timotheus 1.7 steht es Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit die Kraft will jeder haben die Liebe ist auch herrlich Besonnenheit oder Disziplin das ist das was wir alle brauchen was uns Gott aber nicht gegeben hat die Angst die Furcht ist nicht von ihm er ruft dich heute in die Freiheit der Teufel ist ein Lügner und er redet sehr sehr vieles Negatives er sagt dir immer wieder dass das und jenes nicht klappen wird er versucht dich unsicher zu machen er versucht dich mit komplexen mit irgendwelchen komischen Sachen zu belagern dass du nicht in der Lage bist du bist du bist nicht wie die anderen du bist hier und da hast schon versagt siehst du du hast schon versagt wirst du bestimmt wieder versagen doch distanziere dich heute von diesen Lügen ich bitte dich darum treffe heute die Entscheidung er greife deine Freiheit zurück und gebrauche diese Freiheit das Leben was du hast das ist ein Geschenk Gott möchte dass du dieses Geschenk richtig anwendest Jesus erzählt ein Gleichnis über zwei Söhne und ein Vater und der Jungs der Sohn wollte mehr Freiheit haben wenn man so betrachtet er hatte alle Freiheit sein Vater war so liebvoll aber die Tatsache dass er kam und sagte hey gib mir das was mir zu stehen würde nachdem du mal stirbst gib mir mein Erbe ich will es jetzt haben und der Vater so gut ohne Vorwurf zu machen gibt ihm das was er bittet warum er bittet und der Vater so gut und dieser Junge Mann verpasst das ganze Geld was er hatte von Partie zu Partie und dann hat er am Ende nichts und landet bei den Schweinen und dann kam er zu Besinnung auf einmal dachte er sein Vater wie gut er doch da hatte in seiner Familie wie lieb sein Vater ist und was wahrhaftig Freiheit war hat er das echt angefangen zu schätzen und dann dachte er ich stehe auf und gehe ich gehe zurück zu meinem Vater ich sage zu ihm ich bin unwürdig dein Sohn zu sein aber nimm mich als Arbeiter weil er dann gedacht hat die Arbeiter bei meinem Vater haben das viel besser als ich hier und mit diesen Gedanken ging er zum Vater als er noch weit entfernt war hat sein Vater ihn gesehen und ist ihm entgegen gerannt und bei Soya und David der war schtinkig das der Sohn das war lange nicht geduscht 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 aber für den Vater war das egal aber für den Vater war das egal er umarmte sein sein Vater der wieder zurück war mein Lieber dein Vater dein Himmlischer Vater dein Gott wartet auf dich wenn du heute hier bist und diesen Vater diesen herrlichen Gott noch nicht kennst dann ist es dein Tag heute du darfst heute ihm begegnen er wird dir keine Vorwürfe machen du wirst seine Liebe spüren er wird dich wiederherstehen er wird dich reinigen und er wird dir neues Leben schenken und er wird dir neues Leben schenken das darfst du heute erleben und wenn du Ängste hast wenn du Blockaden hast dann gib Rauch auch diesen Tag Gott ruft dir zu komm in die Freiheit breche ab mit Lügen breche ab mit Ängsten mit Verdammnis und erlebe die Freiheit und setze diese Freiheit damit du dein Leben nicht vergeudest ich möchte euch dazu bieten dass wir alle aufstehen und zuerst möchte ich zu denen sagen die diesen herrlichen Gott noch nicht gern gelernt haben Sie haben sicher ein Bild von Gott doch oft ist unser Bild von Gott verzerrt oft denken wir dass Gott steht und will uns und will uns strafen dieser Gott hat sein Sohn gegeben und dieser Sohn wurde für dich getrafen hat die Strafe für dich getragen und wenn du hier bist und diesen Retter noch nicht erlebt hast ich lade dich ein nach vorne zu kommen ich lade dich ein nach vorne zu kommen gib dein Leben dem der sein Leben für dich gegeben hat gib dein Leben dem der dich über alles liebt der dich über alles liebt die braucht diese Zeit die du hast mach so wie dieser Sohn der Verloren ging er dachte nach wir haben ein Gehirn wir können denken und das ist gut denk darüber nach denk über dein Leben und dann steh auf und renne zu deinem Vater ich denke es ist auch wichtig dass wir jegliche Schamgefühle ablegen weil das was Jesus am Kreuz gemacht hat das war nicht unbedingt für Menschen so heldenhaft Jesus hat deine Schamgefühle Jesus hat sich für dich nicht geschämt er war sich nicht zu schade für dich zu sterben sei du auch nicht zu schade sei du dir nicht zu schade zu ihm zu kommen Vater ich danke dir ich danke dir für dein Wort ich danke dir Herr dass du wirkst und wenn hier jemand ist der dich noch nicht kennt so bitte Herr dass dieses Wort an ihm arbeitet und dass dein Opfer geschätzt wird und dass Jesus Christus dein Retter angenommen wird damit dein neues Leben entsteht wenn du komplexer hast wenn du komplexer hast wenn du komplexer hast blöken 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 zwänger Jesus ist hier und will dich befreien ich denke du darfst auch nach vorne kommen ich denke du darfst auch nach vorne kommen komm nach vorne komm nach vorne wir beten zusammen mit dem du darfst auch nach vorne du darfst auch nach vorne vor allem ich habe du w Untertitelung. BR 2018 ZANG EN MUZIEK 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Schauspiel. Amen. 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 Amen.